Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar dachte ich mir, ich bringe so viel Fußball und FIFA-Content, dass man weiß, dass ich ein riesiger Fußballfan bin und deswegen würde ich mal die EM tippen, die in jetzt sechs Tagen beginnt, genau an meinem Geburtstag. Mit dem ersten Spiel Türkei gegen Italien und deswegen würde ich jetzt mal das jetzt einfach mal tippen. So, hier haben wir Türkei gegen Italien. Da würde ich sagen 1-0 Türkei, dann schießt noch Italien eins und noch eins und dann überrennen die Türken sie. Das wird ein 4-2 so ungefähr wie gegen die Niederlander. Dann haben wir Wales gegen Switzerland. Da schätze ich die Schweiz stärker 1-2-1. Und dann Türkei gegen Wales, denke ich, wird ein erkämpftes 1-0. Italien-Schweiz wird ein 2-0. Dann Italien-Wales wird ein 5-2. Und Schweiz-Türkei wird ein 1-1. Dann haben wir hier die Tabelle. Damit wäre die Türkei auf Platz 1 weiter, dann auf Platz 2 Italien und Schweiz als dritter mit einer guten Ausgangslage von Punkten als drittplatzierter. So, Gruppe B. Dänemark gegen Finnland. Also ich würde sagen, das gewinnt Dänemark und zwar ein typisches 3-1. So, Belgien-Russland. Zwei der größten Überraschungen, sage ich jetzt mal, der WM 2018, auch wenn ich von Anfang an dachte, dass Belgien das sehr gut sein wird. Nichtsdestotrotz 3-1. Einer von Smolov wird noch durchrutschen, falls er überhaupt spielt. Und dann, ja, 2x3-1 also. Dann Finnland-Russland. Ist so ein Spiel, da würde ich sogar denken, Finnland macht irgendwie zwei Tore, 2-2. Ich finde, die werden etwas unterschätzt. Auch von mir. Und Dänemark-Belgien. Komm, Belgien leistet sich in der Gruppenphase öfters mal was Kleines. Deswegen. Und dann Russland-Dänemark. Denke ich sogar, dass Russland gewinnt. Finnland-Belgien. Es ist so ein Spiel, da fängt Belgien stark an. Finnland kämpft sich zurück und Belgien schießt sie ab. 6-3. Auch wenn 6-3 ein sehr seltenes Ergebnis ist, damit haben wir den folgenden Stand. Belgien. Erster mit 7. Russland zweiter mit 4. Dänemark dritter mit 4. Und Finnland vierter mit 1. Komischerweise wäre Russland wegen dem direkten Vergleich gegen Dänemark trotz Tordifferenz Defizit weiter. Gruppe C. Österreich gegen Nordmazedonien. Da schätze ich mal 1-2-2. Niederlande-Ukraine schätze ich es geht 0-0 aus. So, haben wir Ukraine, Nordmazedonien. Das wird ein 1-3. Niederlande-Österreich wird ein 1-1. So, Nordmazedonien-Niederlande. Denke ich wirklich wird ein 2-1. Ich schätze die Niederlande echt schwach dieses Jahr ein. Und ich schätze die wirklich so ein. Die haben arg Probleme. Die kriegen nichts auf die Reihe, dass das auch bei der EM so sein wird. Und Ukraine, Österreich... Schätze ich geht 1-0 aus. Damit haben wir den Tabellenstand. Nordmazedonien erster, zweiter die Ukraine, dritter ohne großartig Chancen, dass sie dann ohne großartig Chancen irgendwas zu holen, Österreich und letzter die Niederlande. Dann gehen wir in die Gruppe D. England gegen Kroatien. Es ist ja in Wirklichkeit so ausgegangen. Glaube ich. Also auf jeden Fall war es so. 2-0, 2-2, Verlängerung dann 3-2. Glaube ich. Aber England wurde auch übelst betrogen. Ich denke, England wird hier nicht betrogen. 3-0. Schottland gegen Tschechien. Beides gute Mannschaften. Tschechien hat zum Beispiel auch gegen Belgien ein Überraschungsunentschieden geschafft gehabt. Aber Belgien patzt gerne manchmal durch ein Unentschieden. So. Auf jeden Fall werden erstmal beide Teams treffen. Dann denke ich, die spielerische Klasse von Schottland macht den Unterschied. Kroatien und Tschechien schätze ich auf ein 1-0. Wahrscheinlich ein Longshot. Und ja. England-Schottland. Das Duell der Großbriten. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, wird Schottland-England etwas schocken. Und dann dreht England das noch. 3-2. So, Tschechien-England. Tschechien kriegt ein bisschen aufs Maul. Kroatien wird, glaube ich, in Führung gehen. Und dann haut Schottland die ein bisschen. Ein bisschen. Und so wäre meine Tabelle. England 1. Schottland 2. Kroatien 3. Tschechien 0. Äh, letzter. Und das typische 9-6-3-0-Punkte-System. Also wie man es halt öfters kennt von Gruppen. Der Sieger gewinnt alles, dass es halt so nach unten geht. Der Sieger gewinnt gegen die Unterhiem. Schottland gewinnt gegen die Unterhiem, verliert über ihn. So ist es halt. Dieses typische. Und dann gehen wir in die Gruppe E. Polen gegen die Slowaken. Und ich denke, so ein Start wird Polen vielleicht Schwierigkeiten haben. Spanien wird hingegen 3-0 gewinnen. So, Schweden-Slowakei. Nicht, Slowenien. Slowenien. Denke ich wird ein 0-0, weil Schweden wird die ganze Zeit das Spiel machen, aber Slowakei hat Jan Oblak. So, dann Spanien. Da wird Polen erstmal in Führung gehen durch Robert Lewandowski. Dann kommen die Spanier. Dann kommen nochmal die Polen. Und Spanien gewinnt das 4-3. Heiß umkämpftes Spiel, denke ich mal. Dann Slowenien gegen Spanien. Da denke ich, wird Spanien mal patzen. 1-1. Und Schweden wird zwar gut spielen, aber nicht gut genug für die Polen. So, die Gruppenkonstellation. Polen. Okay, Spanien, Polen, Slowakei, Schweden. Joa. Das könnte man so unterschreiben. Dann Gruppe F. Ungarn gegen Portugal. Da denke ich sogar, Ungarn wird sie schocken. Portugal 3-1. Dann Frankreich-Deutschland. Frankreich führt, Deutschland Ausgleich, Frankfurt führt, Deutschland Ausgleich, Frankreich führt und gewinnt. Dann Ungarn-Frankreich. Ungarn ist so ein Gegner, wo sich Frankreich gerne mal schwer tut, überhaupt zu treffen. Irgendwie ist das so. Frankreich tut sich gerne mal gegen kleinere schwer. Portugal-Deutschland ist so ein Spiel. 3-3, denke ich. So, dann Deutschland gegen Ungarn. 1-0 Deutschland. Und Portugal gegen Frankreich. Wird ein 2-2. Dann sehen wir mal auf die Tabelle. Erster wird Portugal mit 5 Punkten. Zweiter wird Frankreich mit 5 Punkten. Die haben halt fast die... Die haben alles gleich und deswegen... Also sehr viel gleich. Und deswegen entscheidet einfach mal, Wer die meisten Tore geschossen hat. Ich könnte es ja auch in der Theorie noch knapper machen, wenn ihr hier guckt. Ungarn-Frankreich 2-2, dann wäre Frankreich erster. Aber ich sag 0-0. Dann Deutschland dritter mit einer nicht so schlechten Ausgangslage für Gruppe... In Gruppe F, um weiterzukommen, ne? So, die Achtelfinals. Portugal gegen die Schweiz. Denke ich, würde eine klare Sache werden. 3-1. Schottland-Polen. 1-0-Polen. Belgien-Slowakei. Ach, das ist Slowakei, nicht Slowenien. Ja gut. 4-0. Ich dachte, das ist Slowenien. Wäre Slowenien, hätte ich niedriger getippt, weil die einen guten Keeper haben. Oder zwei sogar eigentlich. Türkei-Ukraine. Zwei meiner Geheimfavoriten. Neben Nordmazedonien halt. 1-0 wird die Türkei schießen, dann gleicht Ukraine aus. Und dann geben sie Vollgas. Die Türkei kann dem noch parieren. Dann ist Verlängerung 4-4. 5-5. Und dann gibt es Elfer-Schießen, was die Türkei mit 8-9 verliert. Denke ich mal. Wird auf jeden Fall ein Krimi. Aber die früheren sowjetischen Länder sind eigentlich relativ begabte Elferschützen, denke ich. So, Nordmazedonien, Deutschland. Das könnte ja mal was werden, weil ich denke mal, Nordmazedonien wird Deutschland erst mal so richtig schocken. Und dann wird Werner ausgewechselt. Volland kommt rein. 3-2. Nordmazedonien schafft den Ausgleich. Und dann werden sie müde in der Verlängerung. Und Deutschland gewinnt 7-3 nach Verlängerung. Das sieht irgendwie komisch aus. 4-0, 8-9, 3-7. Aber oben ist ja Elfer-Schießen. Und hier Verlängerung. Italien-Russland. Ich denke, die Italiener führen. Die Russen können parieren. Werden gut spielen. Schießen das 2-1 und sind dann defensiv zu panisch. Und somit wird Italien 4-2 gewinnen. So, Spanien-Dänemark. Ist so ein Spiel, wo ich denke, nach 90 Minuten steht es 0-0. Und Spanien schießt das 1-0 in der Verlängerung. England-Frankreich könnte ein richtig geiles Spiel werden. Beides gerade die goldenen Generationen, würde ich schon fast sagen. Weil damals England-Rembley war ja unverdient, dass die gewonnen haben. Und deswegen würde ich schon England hier als goldene Generation bezeichnen. Falls die, die nachkommt, nicht noch besser ist. Und das ist so ein Spiel. England schießt ein Tor. Und dann wird Frankreich aufhören zu mauern und treffen müssen. Und das schaffen sie auch. 2-1. Dann gehen wir ins Viertelfinale über. Portugal gegen Polen. Ich denke, das wird eine Wiederholung der letzten EM. Das heißt, Lewandowski schießt schon nach anderthalb Minuten Tor. Und dann kommt Portugal. 2-1. Belgien, Ukraine. Ja, ich denke auch, die Ukraine wird kurz schocken können. Und dann überrollt Belgien einfach mal die Ukraine so richtig. Noch das fünfte so zum Schluss. Mit dem Schlusspfiff schon fast dann. Deutschland, Italien. Das Duell, was letztes Mal ein Elferkrimi an genau derselben Stelle des Turniers war. Wo dann auch Deutschland, wenn sie das gewinnen würden und wenn Frankreich gewinnt, genau denselben Turnierweg dann wieder gegen Frankreich hätte. Also Viertelhalbfinale wäre dann gleich. Dann könnte, wenn Frankreich dann gegen Portugal gewinnen würde, könnte sich halt wirklich ab Viertelfinale, ab dem Halbfinale alles wiederholen fast. Gell. Nur da hätte hier Belgien gegen Wales spielen müssen und Wales rausfliegen müssen. Äh, Wales Belgien raushauen müssen. Und Frankreich hätte einen anderen Gegner bekommen müssen. Aber jetzt mal egal von letzter EM. Ich denke, das Schluss für Deutschland. 1-0 Italien. Deutschland wird mal wieder im Sturm nichts gebacken kriegen. Da hilft kein Volland, kein Müller, kein Werner. Ist einfach so. Dann Spanien, Frankreich. Denke ich, bahnt sich an, dass Spanien gewinnt und dann rettet sich Frankreich in die Verlängerung mit dem Tor von Benzema zum Schluss und gewinnt dann 4-3 nach Verlängerung. Halbfinale. Belgien gegen Portugal und Frankreich gegen Italien. Zwei sehr hoch angesehene Duelle. Ich denke, Belgien kassiert erst einen Treffer und schießt dann drei und besiegt Portugal nach 90 Minuten. Und Frankreich gegen Italien. Denke ich, wird eine klare Sache für Frankreich. Und dann das Finale, was letztes Jahr schon das vorgezogene Finale war. Belgien gegen Frankreich. Und ich denke, es wird jeder denken, die Ereignisse wiederholen sich. Ecke, Kopf, Ball, Tor. Aber dann, 90. Belgien das Erste. Dann geht es in die Verlängerung. Belgien das Nächste. Und Belgien noch eins. Dann kann Frankreich rankommen und sie denken, sie werden ausgleichen. Aber eine klasse Tat von Thibaut Courtois wird verhindern, dass Frankreich es noch ins Elferschießen bringt. Und dadurch wird Belgien mit 4 zu 2 gewinnen. Weil dann nochmal mit einem Abpfiff ein Tor. You know. Und so denke ich, dass Belgien die Europameisterschaft holen wird. nochmal alles im Schnelldurchlauf angucken. So. Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe 4. Gruppe 5. Gruppe 6. Achtelfinales. Hier das kranke Elferschießen. Viertelfinale. Halbfinale. Und die glorreichen Sieger. Die Belgier. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Holz-Internet-TV.